Naja, wir haben Zeit. Lieber nicht. Oh mein Gott, drei an... 10! Ja, vergiss es. 10 Sekunden noch. 5! Ja, wir sind tot. 3, 2, 1! Ja, wir haben all die Informationen. Wir haben ja all die Informationen. Der hat wieder viel zu viel getextet. Ja. Saved. Rebooting. Äh, das war von vorne, ey bitte nicht von vorne. Ne, 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 ne. Das würde ich aber jetzt anders sehen. Das ist immer und wir haben ja auch... Welcome to... This forum belongs to... Dead Anna. Ja, halt ist... Das war Anna, äh, äh, dead? Irgendwas so. Äh, ne, not dead. Ja. Dead Anna. I ask for your name. Rapunzel. Ja, komm. Wie in der Badge vorhin gesagt hat. Anna. I ask for your name. Ja, Badge. Badge killed Anna. Also bald Anna irgendwo vorkommt. Badge gaming and more. Äh. Boomy. Boomy Badge. Yay. Also Boomy Badge. It gets started. How old are you? Sollen wir zusammenrechnen? Äh, what's your home country or... Äh, Kambodscha, 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 irgendwas. Nordkorea. Ja, Nordkorea. Nordkorea. Das sind Handys erlaubt. Hä, hell. Are you a new user? Äh, 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 ich bin ja erfahrener User. Experience. Auto. Auto. Was, what do you back up your phone? Offen, 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 offen. Offen, offen. Do you like to sleep late or... Boah, was willst du von mir? Late? Ach, late. Boop, come on. What do you ask? Boop, oh God. Ups, so. Schreib einfach mal rein, mein Gott. Boop. Boop. Which part of an animal do you prefer to eat? Was will der... Boop. Der fragt uns aus, ich schreib, schreib, schreib. Ja, ja, ich bin dabei, bin dabei. Oh mein Gott. You have to tell me more. this game sucks a lot more at the moment halt ein paar blablabla tippsel gedöns ja wahrscheinlich müssen wir es irgendwann wieder angeben und dann können wir es nicht ja natürlich keine ahnung ich weiß es nicht ich lese die frage nicht nö so nervig thank you your phone is ready to be used geht doch ok ja ja mal ohne rohklau dann den scheiß ja chat id ist bumi 23 ok merken geil das kann ich mir leicht merken so ich schreibe es trotzdem aus gallery wallpapers 2 irgendetwas strangees muss doch jetzt passieren sage doch du musstest dir sagen oder ja geht doch message corrupted guck mal deine uhrzeit you are safe oh cool are you safe wäre es richtiger gewesen aber ist egal are you safe okay okay nachher nur über ne stunde kommt es ein bisschen ein gruselding auf what the fuck is mit der uhr los Who is in danger? You are its voice. Do not fuck. Was? Was steht da? Do need to... Lies das mal irgendwer bitte. I need to... Er klickt doch drauf und dann überlegen, was Sinn macht. You need to tune it out. To tune it out. Okay. You're a... Hey, Dämon, red mal ein bisschen Englisch, bitte. I am trying, I am losing its voice. You must resist its voice. So. Von Dämonen besitzen das Handy. Haben wir gerade alles wieder so schön eingerichtet, damit jetzt alles wieder zerstört wird. Ja, ja, genau. So ein Scheiß. You are not making any sense. Geh weg, Dämon. This is something wrong, bla 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 bla. Ja, komm, jetzt nervt's aber schon. You are not Anna. Anna, I... Ja. Ja, nee, so man, das ist noch. This is not Anna. No, 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 no Da kommt das Nerf zu. I cannot remember. Horror im Spiel ist zu Stress, man. Ja, äh, gott. Will find... Was? And... Find me... And you find... And... And you will find her. Will find her. Ja, ja. Will, fine. Ja. Mal auf Boden sehen. Ja. Ja, die wird dann... Ja, die wird dann... Und... Klickt mal einfach wieder wild rum, wird schon irgendwie funktionieren. Oh, da braucht es schon. Jo, geht doch. Ja, und nun? Jetzt ist sie wieder offline, der Dämon. Ähm... Ake. Ähm... okay. Äh... Die hat uns vor zwei Minuten noch nicht angeschaut, ne? Ja. Vielen Dank.